Die 5 besten Lufterfrischer für Pfeifen, ein Vergleich Ich bin sehr zufrieden mit dem Dr. Perl Filter 19760, ein Dr. Perl Junior Aktivkohlefilter Groß, 9mm, U-Box 40er, Pfauen, Papier. Der Filter ist sehr einfach zu installieren und passt perfekt in meinen Staubsauger. Er filtert die Luft sehr gut und sorgt für eine saubere und frische Atmosphäre in meinem Haus. Ich kann diesen Filter wirklich empfehlen, da er sehr effizient und langlebig ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde ihn jedem empfehlen. Ich habe den Fibres Auto Lufterfrischer gekauft, um mein Auto zu erfrischen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Es duftet sehr angenehm und ist sehr ergiebig. Es ist einfach anzuwenden und die Gerüche werden schnell beseitigt. Ich kann es jedem empfehlen, der ein frisches, angenehmes Aroma im Auto haben möchte. Es ist ein sehr gutes Produkt und ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe den Fibres Bad Lufterfrischer gekauft, um mein Badezimmer zu dekorieren und meinen Raum zu erfrischen. Ich bin wirklich begeistert von der Qualität des Produkts. Der Duft ist sehr angenehm und hält den ganzen Tag an. Es ist auch sehr einfach zu bedienen und die Duftstäbchen sind sehr langlebig. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf und würde es jedem empfehlen, der nach einem guten Lufterfrischer sucht. Ich habe das Airwig Freshmatic Max Starter Set gekauft und bin begeistert. Das Gerät ist sehr einfach zu bedienen und die Nachfüller sind leicht zu wechseln. Der Duft ist angenehm und nicht zu aufdringlich. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät und empfehle es jedem, der einen Lufterfrischer sucht. Der Preis ist sehr erschwinglich und es lohnt sich definitiv. Ich habe diesen Auto Lufterfrischer bestellt und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das hochwertige Walnussholz sorgt für einen angenehmen Duft im Innenraum meines Autos. Der Diffusor ist sehr einfach zu installieren und sieht auch sehr stilvoll aus. Der Duft hält lange an und es ist eine angenehme Abwechslung zu den üblichen Duftsprays. Ich empfehle dieses Produkt jedem, der einen angenehmen Duft im Auto haben möchte. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.